Auch wenn es immer noch angeblich oben bei Makrans Szenen rumdümpelt. So, bei dir möchte ich verkaufen. Die Kutten. Die mitgenommene Robe, die Robe. Ja, mehr nicht hier. Und hier eigentlich auch nicht mehr. Ich denke mal, viel Geld werden wir hier jetzt heute nicht machen. Die Kataka-Wache. Tja, der hat wirklich alles Mögliche hier an Waffen, an Schilden. Okay, erstmal die hier. Und dann habe ich die beiden. Von denen drei, von denen zwei und waffenmäßig. Das hier auf jeden Fall. Wettermagierbuch können wir auch an sie verkaufen. Xauribsperre können weg. Ein Bogen kann weg. Die können alle sechs weg. Außergewöhnliche Pistole. Die behalte ich mal. Der hervorragende Morgenstern kann weg. Die Mordachs nicht unbedingt. Ja, der Rest ist... Nichts, was ich verkaufen möchte. So. Das heißt, wir gehen auf unser Schiff. Und... verlassen über das Meer. Erst einmal... Die Insel. Und ja, ich muss bei allen diesen Quests jetzt gucken. Also bei den Fraktionsquests. Immer vorher Sicherheit selber speichern. Nicht, dass ich aus Versehen mich dann für diese Fraktion entscheide. Und... mir das abgenommen wird. Also in erster Linie würde ich... würde Hagrim jetzt entweder mit der Königlichen Todesfeuergesellschaft... oder den Juana... den Deal machen. Vielleicht auch mit Aldis. Das kommt drauf an. Spiel pausiert. Es passiert was. Wieder das Gericht der Götter, hä? Du findest dich in einer kalten, erstickenden Dunkelheit wieder. Es liegt ein vertrautes Gewicht in deiner Hand. Eine Laterne. Sie flackert zum Leben und die Welt wechselt wieder in den Fokus. Eine Treppe windet sich endlos unter dir. Da es keinen anderen Weg gibt, begibst du dich nach unten. Eine Glühende Hütze trifft dich. Gefolgt von einer salzigen Meeresbrise. Göttliche Stimmen dröhnen und kreischen. Die Amorste lassen die Plattform unter dir und die Luft, die dich umgibt, erbeben. Die Götter kämpfen. Ja, da haben wir Rondra, Wodika. Dieses Ungetüm da hinten ist Vail. Berat, Magran, Iela. Was sind so eigentlich? Die müssen eigentlich die Hauptgötter sein. Mach jemand anderes dafür verantwortlich, Wodika. Ich werde mich nicht länger deinen Streitereien hingeben. Magran richtet sich bedrohlich vor dir auf und deutet mit einem anklagenden Finger auf das verschmolzene Gesicht Wodikas. Wodika skruis her Mouth into a snare. You fool! If only we had attacked him when I first proposed it. Akkusations drip bitter as bile from her tongue. Woidika verzieht den Mund mit einem höhnischen Lächeln. Donärin, hätten wir ihn doch nur angegriffen, als ich es beim ersten Mal vorgeschlagen hatte. Beschuldigung tropft so bitter wie Galle von ihrer Zunge. Sei still. Ich werde einfach warten, bis du fertig bist. Äh, das klingt aber gar nicht nach der neutralen Königin der Götter, die ich kenne. Gegen den Einband von Wodikas verbatten Buch klopfen und signalisieren, dass du später bereit sein wirst zu sprechen. Jotas könnte das Rad in diesem Moment zerstören und du willst unbedingt streiten. Was geht hier vor? Ich sag mal nichts. Ach, sind wir mal sportisch. Ich werde einfach warten, bis du fertig bist. Ah, wenn das mal nicht Berats unerschockener kleiner Handlanger ist, spuckt Wodika heraus. Die weiche Ritterin blickt auf dich herab, wobei sich eine Falte tief durch ihr ansonsten glattes Anlitz gräbt. Ich fürchte, dass wir nicht unser Bestes geben. Der Wächter ist zurückgekehrt. Vielleicht sollten wir uns anhören, was er zu sagen hat. Jedas Vogel zwitschern ängstlich miteinander. Welles, unzählige Augen ruhen nacheinander auf jedem der Götter. Wir machen selbst nur wenig Fortschritte, sagen sie mit einem schiefen Lächeln auf ihrem außerirdischen Zügen. Fortschritt, Platte etwas Neues, die Augen verdrehen. Das ist doch offensichtlich, sagt nichts. Fragen wir mal, Platte etwas Neues? Wir versuchen es aber, wir gelangen nicht zu einer Einigung. Ondras stummfinsteren Augen drehen sich, um deinen Blick einzufangen. Gibt es dir nicht irgendetwas, das wir tun können, fragt Jela. Magran blickt aus dem Augenwinkel zur gleichen Ritterin. Nach einer gedankenschwangeren Pause spricht sie. Die Zeit ist gekommen, dass wir die Macht, die wir so lange nicht angerührt haben, ergreifen und unsere verstreuten Kinder absorbieren, sagt Magran. Ondra nickt, während ihr Köder hell schwankt. Das wäre ein schrecklicher Gedanke. Vielleicht hast du ja recht. Hat Magran das denn nicht schon vorher erwähnt? Das habe ich, und ich wurde für meine schreckliche Verwegenheit gescholten. Ein Dampfwürgel steigt aus ihrer Nase auf. Die bleiche Ritterin schaut ungerührt. Sollten wir getötet werden, so können wir die Körper unserer göttlichen Kinder in Besitz nehmen. Oder sollten wir es mit einer Macht zu tun bekommen, die zu mächtig ist, um ihr zu widerstehen, dann können wir ihre Seen absorbieren, wodurch wir zusätzliche Stärke erlangen. Was? Du meinst Paligina und Tickeo? Vielas eigensinnige Tochter und Ondras kostbarer Sohn. Ja, sie würden sterben. Sie und tausende andere. Die weiche Ritterin spricht mit dem unbe... So, mit dem unterkühlten Temperament, das nur der Gott des Todes besitzen kann. Äh, das ist ja schrecklich. Wessen Allgemeinwohl deines? Ein grausames, aber ehrenhaftes Opfer? Nee, sicher nicht. Sag nichts. Das ist schrecklich. Sie sind unsere Kinder. Sie sind unsere Kinder. Sie gehören zu uns. Es ist ihr Geburtsrecht und ihr Schicksal. Aber die Zeit für diesen Plan ist aber schon lange vorbei, sagt die bleiche Ritterin. Sollen wir denn nichts für uns behalten? Kein einziges Geheimnis, kein einziges Mysterium, fragt Vail, während ihre Stimme stetig lauter werden. Magran stößt eines von Vail's umherschwimmenden Augen mit dem Ellenbogen fort. Ja, das wird unser aller Geheimnis noch früh genug offenbaren. Was macht er, was macht es denn schon, wenn das eine oder andere Geheimnis jetzt schon offenbart wird? Aber eins nach dem anderen. Zuerst muss der Wächter nach Ukaizo, was schon an sich eine Prüfung sein wird, sagt Magran. Gut, ich könnte eine Herausforderung gebrauchen. Noch eine? Bist du denn nicht schon gelangweilt? Genau, weil ich in letzter Zeit ja keine davon hatte. Was meinst du damit? Sag nichts. Was meinst du damit? Der Hüter von Ukaizo bewacht diesen Ort bereits seit Jahrtausenden und er wird nicht beiseite treten, nicht einmal für Beraths Heroin, meint Ondra. Hela, die sich bis dahin in einer stehenbesorgten Unterhaltung mit ihren Vögeln befand, unterbricht. Er lebt noch. Wo ist eigentlich der Auer-Ochse, also Römergant? Was besseres haben sie gerade nicht zu tun, oder? Natürlich, unsere Arten haben es hergestellt, sagt Magran. Ein paar von Helias Finken schließen sich Wraiths schwebende Auge an. Sie fliegen genau aus der Magrans Reichweite und stürzen hier ab, um sie anzustupsen, wenn sie nicht hinschaut. Und der Wächter wird gezwungen sein, damit rechnen zu müssen, wenn er sich Eotas stellen will, meint Magran. Die Vögel verweilen schließlich zu lange und Magran scheucht sie davon. Sie explodieren in einem Essenznebel, binden sich anschließend wieder neu und fliegen in einem krechzenden Kur zu Hela zurück. Hüter von Ukaizo. Eine Kreatur, die von den Ingwitanen geschaffen wurde, um die Maschinerie der Inkarnation zu beschützen, sagt Magran und lehnt sich dabei gemütlich auf ihr Breitschwirt. Sie interessiert sich nicht wirklich für Besucher. Wirst unser aller Geheimnisse gestanden und offenbaren, Magran, schreit Wraiths sie an. Magran zuckt mir die Schultern, wenn es mir passt. Bereiche dich vor, Wächter, sagt hier. Der Hüter wird nicht beiseite treten, nicht einmal für den Herod von Beraf. Wird sich denn nicht Eotas darum kümmern? Es ist nicht eine von Gallowayens stufsinnigen Bestien. Es hat ein Herz und einen Verstand und es wird nichts davon wegwerfen, um sich Eotas zu stellen, erklärt Ondra. Wo ist eigentlich der gute Galloway? Der fehlt auch irgendwie. Also ja, Gallowayen, äh, der Golem spielt, wie hieß er nochmal, Abadir? Und Römergrant, die fehlen gerade irgendwie. Jedenfalls sind das die drei, die mir so auffallen, die fehlen. Ach, Skane fehlt noch, ja. Okay, Skane kann man vergessen. Lust, lust. Und Aethys will not fight the creature. It would prove little more than a distraction for him. Especially as my tsunami in Magran's Volcano couldn't stop him.